So, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute schwarze Kappe und schwarze Shirt, also es ist übrigens ein schwarzes Shirt. Ich habe keinen. Ich muss einen hier oben führen. Fussel. So, sorry. Muss auch richtig aussehen. Also, machen wir den auch noch mal schön glatt hier. Der wird immer grauer, ne? Ja gut. Also, schwarze Kappe, schwarze Shirt heißt für euch, nein, nicht Dividenden. Dividenden sind grün, schwarze sind P2P-Einkommen. Also, P2P-Update für April 2020. Ja, ich bin immer noch in P2P investiert. Warum? Weil es einfach verdammt lange dauert, das Geld abzuziehen. Sowohl bei Mintos als auch bei Bondora. Für zwei verschiedene Gründe. Also, wir gehen erstmal und schauen uns an, wie viel haben wir denn gemacht. Und wenn wir hier mal auf Zinsen drücken, bzw. erstmal die Dividenden, falls ihr das Video verpasst habt. Ich verlinke es mal oben rechts, könnt ihr euch trotzdem anschauen. Wir haben gemacht im April 57,74 Euro Dividenden nach Quellenabzugsteuerabzug. Das heißt, da sind so 15% abgezogen. 57,74 Euro ist ja schon mal nicht schlecht. So, wenn wir uns jetzt die Zinsen anschauen, dann seht ihr, dass Pellblaue sind letztes Jahr, das Dunkelblaue ist dieses Jahr. Und ihr seht, der Balken im April ist so ein ganz kleines bisschen mehr. Ja, wir schauen aber noch mal kurz Januar an. Januar hatten wir zusammen 12,73 Euro. Februar 10,68 Euro. März 5,09 Euro. Schauen wir mal kurz bei Bondora waren es 72 Cent. Bei Mintos 4,37 Euro. Und im April waren es dann gewesen 5,12 Euro. Ihr seht, wir haben 3 Cent mehr. Ja, liegt aber auch an Mintos. Weil Mintos, seht ihr, hatten wir 4,73 Euro letzten Monat, haben jetzt 4,71 Euro. Das ist ein bisschen mehr zurückgekommen. Haben wir aber weniger in Bondora, 72 Cent letzten Monat und 41 Cent diesen Monat. Ja, also 5,12 Euro sind zurückgekommen. Und das war wirklich kleckerweise. Das war ein... Ja. Mintos habe ich 13 Auszahlungen machen müssen. Und das ist immer alles manuell, ne? 13 Auszahlungen im April. Zusammen habe ich zurückbekommen 269,83 Euro. Und es sind immer noch 234,17 Euro, die aufstehend sind. Das können wir uns auch noch mal anschauen. Wo bist du? Wo bist du? Chrome. Hier. Seht ihr, 234,17 Euro sind noch pendent. 14 Cent könnte ich jetzt auszahlen. Und das Ding ist, bei Mintos dauert es immer so 2 Tagen, bis das Geld da ist. Bei Bondora finde ich das die Auszahlung cooler, weil du machst Auszahlen und es ist sofort da. Wirklich 5 Minuten später ungefähr. Und beides funktioniert aber nur von Montag bis Freitag. Also am Wochenende könnt ihr, falls Geld zurückkommt, passiert es nicht wirklich, weil das wird nicht bearbeitet von dem System, weder von Mintos noch von Bondora. Das heißt immer nur von Montag bis Freitag könnt ihr auszahlen und auch eine Auszahlung starten sozusagen. Beziehungsweise wenn ihr die am Samstag erst macht, kommt sie sowieso erst am Montag an. Und bei Bondora haben wir noch 48,06 Euro ausstehend. Da habe ich 21 Auszahlungen machen müssen. Und zusammen habe ich 53,78 Euro rausbekommen. Katastrophal, wie das im Moment funktioniert mit den beiden. Das ist echt nervig. Geht halt nicht anders. Wir können kurz mal reinschauen. Wir gucken mal hier. Schaut mal hier. Das sind alle Auszahlungen hier. Bei 1.6.6.2 mal 17.20, 20, 20, 20, 22, 28, 28, 28, 28, 28. so sieht das aus das war bei Mentos und bei Bondora noch krasser 2. 3. 6, 7, 8, 9, 10 13, 14, 15, 16, 17 20, 21, 22, 23, 24 27, 28, 29, 30 also jeden Wochentag kam so ein Klecker bei 4,13, 3,45 4,07, 4,98 und dann wurde es immer weniger 2,64, 3, 3,70 2,42, wenn jetzt die letzten Zahl so 1,45, 1,55, 2,28, 2,95 jeden Tag muss ich mich da einloggen und das Geld rausholen echt nervig aber gut, wenn wir uns jetzt zusammen anschauen die Erträge für April, dann haben wir zusammen mit Mentos und den Dividenden 62,86 gemacht schon nicht schlecht ihr seht es, im Januar hatten wir über 100 Euro mit den P2P Zinsen noch gehabt Dividenden waren gewesen knapp unter 100 Euro 96,20 und zusammen sind wir noch über 100 Euro und ja, aber die Dividenden die muss ich noch knacken da hoffe ich auf den Mai ja, Mai wird der Monat der Dividenden das wird ein neuer Rekordmonat Fingers crossed wir hoffen es doch mal aber ja ansonsten P2P das war es erstmal gewesen empfehle ich es in dem Moment ich würde sagen wartet mal lieber ab warten wir erstmal das ganze drum herum ab und gucken wie die Börse erstmal wieder auf ja, wieder los geht und ja, weiter geht könnte man auch mal ein bisschen größer machen damit das hier ein bisschen schicker aussieht warten wir einfach mal ab falls ihr wollt die Links sind unten aber ich mache es im Moment nicht ich ziehe mein Geld weiter ab es ist echt kläckerweise und es nervt ungemein ist zwar schön jeden Tag so ein paar Euro zu bekommen wenn das Dividenden wären jeden Tag wäre das geil ja, weil man nichts machen müsste das wäre dann wirklich passiv aber ich würde aktiv jeden Tag reingehen bei Mintos gibt es zum Glück die App bei Bondora muss ich wie immer einlogen also Bondora wenn ihr mal zuhört da werdet ihr das schon nicht tun ich bin viel zu klein aber vielleicht können ja die ganzen anderen P2P, Bondora ja, User auch mal sagen die sollen endlich mal so eine App auf den Markt bringen das ist schon ein bisschen bequemer als über diesen blöden Lock in die ganze Zeit ähm ja also ich würde erstmal abwarten wenn ihr unbedingt wollt ja, die Links sind da aber ich warte ab ich ziehe mein Geld weiter ab wie gesagt ich habe noch knapp 270 278 282 Euro und ein bisschen ja das sind wobei eine Sache ist noch cool bei Bondora ähm es kommen immer noch Zinsen rein ja das Geld was noch nicht zurück ist da wird immer noch Zinsen drauf gezahlt im Moment sind es 1 Cent am Tag das ich bekomme aber durch dieses Warten habe ich immerhin auch wieder 41 Cent zusammen bekommen ähm das ist das was ich jetzt ne was meine Zinsen waren ähm ähm wenigstens das kriegt man noch ein bisschen entschädigt aber gut die ich würde lieber das Geld jetzt haben in irgendwas investieren können und da vielleicht ein Dividende schon haben vor dem Ex-Date was mehr wäre als die Zinsen die ich jetzt hier bekomme aber gut ähm ist halt wie es ist ansonsten für die die jetzt ein bisschen zuschauen ähm ihr seht es hier oben Lufthansa so ein kleines Update ich habe meine Lufthansa-Position heute äh verkauft ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt äh weil ihr habt es vielleicht mitbekommen der Warren Buffett in Amerika hat all seine äh Airline-Aktien verkauft oder gehen in den Verkauf oder wie auch immer ähm ich nehme mal an er wird wenn überhaupt nochmal einsteigen dann zu tieferen Kursen deswegen verkauft er die jetzt er erwartet wohl höchstwahrscheinlich dass die Kurse weiterfallen und steigt vielleicht später wieder ein ich weiß es nicht aber ich kann mir nicht vorstellen dass das auch die Lufthansa also ja man kann sich übertragen das ist USA und Deutschland aber halt die Lufthansa ist auch kurz vor der möglichen Verstaatlichung oder der Einmischung durch die deutsche Regierung äh ob die jetzt irgendwelche schlechten Zinsen zahlen dürfen mit 9% habe ich schon gelesen und gehört teilweise ähm durch Staatskredite ich weiß nicht aber ich was ich so gesehen habe und gehört habe und gelesen habe über äh ja die History in Amerika auch für die Airlines die gerettet worden sind die die leer ausgehen sind die Aktionäre wenn das Ding verstaatlich wird kriegt der Aktionär einen Scheiß weg ja und bevor die Aktie irgendwie nichts mehr wert ist oder Richtung 2 Euro habe ich sogar heute gehört ich habe heute einen Beitrag gesehen auf YouTube auch ähm da wurde spekuliert dass von verschiedenen ähm Anlagehäusern und ja wie heißen Analysten ja so heißen ja die Herrschaften von Analysten äh ich glaube die UBS und noch irgendein andere ist die einzige die auch irgendwas mit 8 als Ziel hat und es gibt andere die sind äh bei 5 teilweise sogar 2 Euro Ziel äh von der Lufthansa und äh da habe ich keinen Bock drauf und das wäre gesagt okay ich beiße den sauren Apfel und habe meine Lufthansa Position verkauft 15 Stück 15,96 hatte ich gehabt 15 sind weg äh ich warte noch auf Dings und ich habe noch ein bisschen was aber ich wollte es euch zeigen denn wenn wir verkaufen natürlich also guckt ihr nochmal kurz an den Login müsst ihr ja nicht sehen wenn wir verkaufen so dann ihr seht ich habe Lufthansa verkauf 0,96 Stück 9,96 Stück und ihr könnt gar nichts ihr könnt ein Limit setzen aber ja mein Gott ich will es einfach nur noch loswerden jetzt und ihr seht der Kurs ist sogar noch schlechter als Dings aber wenn wir jetzt weiter drücken und wir gucken hier ich werde 7,46 Euro bekommen und es geht nur über die eine Börse ja man kann nichts anderes machen weil es ein Teilstück ist aber das Interessante ist der Verkauf von Bruchstücken ist für sie kostenfrei ihr könnt jetzt nicht jeden Tag 0,99 Stück verkaufen das geht leider nicht wenn ihr 28,3 habt dann verkauft die 28 zu dem Kurs und halt die Gebühren und die 0,3 sind dann kostenfrei ja nur mal so und das wird auch länger dauern aber ich werde das jetzt machen denn ich will das ganze Zeug loswerden was soll ich mit 0,96 Anteilen von Lufthansa ähm Push-Verfahren Login FaceTime oder Face ID so freigeben baboom Freitacker oder teilt fertig und weg ist der Rotz so das wird jetzt ein bisschen dauern das dauert immer ein bisschen länger bis Bruchstücke weil die sammeln dann denke ich mal alle Bruchstücke zusammen und verkaufen dann alles zusammen aber ist jetzt weg so das wollte ich nochmal gezeigt haben ähm wo haben wir unser Portfolio Performance und ja das war's gewesen für heute ähm Battle of the Portfolios ist gestartet äh ich hab die ganzen Sachen abgedatet äh um das vereinfachen hab ich die Sparpiener wirklich hier als Sparpien eingetragen und die der ballert die dann einfach durch mit den Kursen die dann da sind ich werde mir jetzt nicht noch hinsetzen und dann die Kurse zu der Zeit manuell drauf suchen sondern der ballert das einfach durch und fertig ist und äh man sieht schon die ersten ähm Bewegungen sag ich mal so aber auch weil der Markt heute ein bisschen runtergegangen ist also am Freitag schon und heute am 4.5. auch und äh wir werden dann sehen also das nächste Video denke ich mal wird äh vielleicht Battle of the Portfolios oder ein Update von Kalenderwoche was haben wir denn jetzt 19 glaube ich ne KW19 äh denn die Sparpiener wurden ja nicht letzte Woche ausgeführt sondern äh heute die von der Konsensbank sind schon durch yay die von der Comdirect äh waren 38 neue oder extra Runden bis das dann irgendwann heute Nacht vielleicht mal auf dem Konto landet oder endlich aufgeführt wird und die PDFs kommen erst irgendwann morgen Nacht ja also die sind immer so spät ich verstehe es einfach nicht aber gut das einzige was ich wirklich bei der Comdirect mag ist es sehr übersichtlich äh das das Depot und so mit den mit den Tabs und sowas haben wir bei der Konsensbank nicht da ist es alles so ein bisschen rudimentärer aber die sind wenigstens ein bisschen auf Zack und was noch interessant ist alle die interessiert sind an EPR Properties und an anderen Reeds die sind besparbar mittlerweile auch bei Konsensbank das ist wirklich der Vorteil von der Konsensbank wenn ihr an diesen Sachen interessiert seid die haben sehr viele Reeds an Bord und nochmal grüße hier an Sven von Dein Geld und Deine Verantwortung er hat herausgefunden dass viele Reeds mittlerweile die noch nicht gelistet sind auf dem PDF oder auf der PDF Datei von der Konsensbank schon besparbar sind unter anderem EPR habe ich ja jetzt auch im Portfolio das heißt wenn ihr nicht über Digito kaufen wollt so wie ich jetzt zum Beispiel über die Schweiz so in Deutschland so ganze Stücke ihr Sparplan machen wollt könnt ihr jetzt EPR Properties unter anderem bei der Konsensbank besparen links findet ihr unten so das war es gewesen ich wünsche euch noch einen schönen Tag viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video ciao Moment ich habe vergessen Daumen hoch oder Daumen hoch oder Daumen hoch und aboniert den Kanal und zwei coole Sachen denn ich werde unter die Reseller gehen nein wenn man bei uns hier in der Gegend drum läuft gibt es es ist so ein umgeschriebenes Gesetz ja das heißt jeder der irgendwas hat was er ich sag mal so nett ausgedrückt viele Leute haben Sachen die sie nicht mehr brauchen und irgendwie ist das hier gang und gäbe also jetzt hier in Bern bei mir in Interlaken dass die Leute das ganze Zeug drauf stellen auf die Straße und dann einfach gratis hinschreiben zu 99% ist das einfach kompletter Müll abgeranzte irgendwelche Möbel die kein Schwein mehr mit dem Ahr ansehen will aber teilweise findet man Sachen drunter ich bin ja viel spazieren jetzt im Moment meine Frau und meine Tochter wenn das Wetter schön ist also heute ist wirklich super schön und Sonnenschein und wir waren letzte Woche spazieren und da habe ich das hier gefunden guck mal aber Schallplatten und da waren zwei Schallplatten von also oft sind es Bücher aber auch so abgeranzte Spielzeuge von Kindern was ich in meiner Tochter nicht geben möchte aber halt so eine Dinger und da habe ich mir gedacht die kann man ja mal mitnehmen das ist ja gar nicht so schlecht und so Platten sollte man da nicht wegwerfen das heißt ich habe jetzt einmal Super Trooper und einmal Wully Wu von ABBA und ich werde mal schauen ob ich das Zeug losfahre und da war ich heute unterwegs mit meiner Frau und guck mal was ich gefunden habe auch das war gratis na fokussieren wir ein Star Wars 3 Lego oder Lego Star Wars 3 das ist das Nintendo DS Spiel und im Endeffekt ist das nur so eine Karte aber wenn man überlegt hat irgendeiner hingesetzt oder hingestellt dass das weg soll da kann man vielleicht 5 Euro oder 5 Franken mitmachen keine Ahnung ich werde mal schauen ansonsten wenn ihr wisst was jetzt so eine Platte von ABBA und was so ein Spiel ungefähr bringt bevor ich jetzt geguckt habe ich habe wirklich noch nicht geguckt schreibt es doch unten in die Kommentare würde mich interessieren ja kostenloses Geld würde ich mal sagen man muss halt nur die Augen offen halten also das war es gewesen ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja viel Spaß das ist ja Vielen Dank.